Beim Streit um Disco Elysium geht's jetzt so richtig rund, Shroud kündigt sein erstes Spiel an und das neue FIFA wird das beste E-Game für alle Mädchen und Jungs. Hossa Internet, diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TicTac. Wir bedanken uns für unseren Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News des Tages. Das hat ja nicht lange gedauert. Erst vorgestern hatte euch Jules in den News davon berichtet, dass das Studio hinter Disco Elysium sah, um sich Freud ankündigen zu können, dass man alle laufenden Verfahren wegen Veruntreuung von Firmengeldern und unrechtmäßigen Kündigungen jetzt beilegen konnte. Heute meldet sich über die Gegenseite zu Wort und sagt, diese Stellungnahme sei grob irreführend und man wird weiter rechtlich gegen die Neuführung von Saum vorgehen. Die Gegenseite sind in diesem Fall der schon 2021 gefeuerte Game Director Robert Körwitz und Alexander Rostov, der vor seiner Entlassung Art Director für Disco Elysium war. In einer neuen Stellungnahme gegenüber GamesIndustry.biz widersprechen die beiden jetzt nämlich der Darstellung, dass sie ihre Klagen wegen mangelnder Beweise fallen gelassen hätten. Zudem teilen sie auch nicht die Meinung des ebenfalls entlassenen Kollegen Kaur Kender, der seine Klage gegen Saum eingestellt habe, weil er sie mittlerweile als fehlgeleitet ansieht. Die beiden Männer wollen deshalb alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um die Neuführung von Studio Saum ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Sie belasten die Manager Ilma Kompus und Tonis Havel schwer und sagen, die neuen Chefs hätten sich die Mehrheit der Firmenanteile von Saum nur kaufen können, weil sie die dafür nötigen 4,8 Millionen Euro zuvor aus der Kasse des Studios geklaut hätten. Zwar hätten Kompus und Havel das Geld inzwischen zurückgezahlt, das mache das Verbrechen, durch das sie die neuen Firmenchefs geworden sind, aber nicht ungeschehen. Körwitz und Rostov zufolge sei ihre anschließende Kündigung mit der öffentlichen Begründung, dass sie sich vor allem Mitarbeiterinnen gegenüber schändlich verhalten hätten, Teil einer groß angelegten Kampagne, um ihren Ruf zu zerstören. Das würde man aber nicht schweigend hinnehmen. Es sieht also ganz so aus, als würde der hässliche Streit um Studio Saum noch lange nicht ausgestanden sein. Die Streaming-Stars Shroud und Sakriel arbeiten zusammen mit Splash Damage an einem neuen Spiel. Dieser auf der Unreal Engine 5 basierende Survival-Shooter entsteht momentan unter dem Arbeitstitel Project Astrid, das geht aus einem ersten Teaser-Video hervor. Darin beschreibt Shroud, dass der Auslöser für das Projekt eine Nachricht von Sakriel war, ob denn Interesse daran bestünde, gemeinsam ein Spiel zu entwickeln. Daraus hat sich zusammen mit den Shooter-Experten von Splash Damage eine kreative Partnerschaft entwickelt, bei der sowohl Sakriel als auch Shroud mit seiner jahrelangen CS-Profi-Erfahrung Ideen zum Spiel beigesteuert haben. Noch gibt's kein Bildmaterial aus Project Astrid, im Trailer ist aber die Rede von einem AAA-Open-World-Projekt. Dem Team ist dabei wichtig, dass aus dem Spielgeschehen heraus Situationen entstehen, von denen man seinen Bekannten noch Jahre später erzählt. Besonderes Augenmerk soll dabei auf dem Gunplay liegen, also der Ballistik und dem Rückstoß der verschiedenen Waffen. Einen Termin gibt's bisher noch nicht, laut Pressemitteilung soll Project Astrid aber vorerst nur für PC erscheinen. Aufgrund der spärlichen Informationslage rechnen wir damit, dass die Entwicklung noch mehrere Jahre dauert. Zu geringes Interesse dürfte übrigens kein Problem sein, zusammen kommen Shroud und Sakriel nämlich auf über 11 Millionen Follower bei Twitch. Splash Damage hat als Support-Studio bei großen Releases wie Gears 5 und der Halo Master Teeth Collection geholfen, ist vor allem aber für seine Multiplayer-Shooter Enemy Territory Quake Wars, Brink und Dirty Bomb bekannt. Das Survival-Genre ist für das Team, das aktuell außerdem am Action-Spiel Transformers Reactivate arbeitet, aber Neuland. Was wohl gerade im Trend liegt? Bekannte Studios kündigen neue Fantasy-Marken mit vagen Konzept-Grafiken an. Nach IO Interactive gibt's jetzt nämlich auch ein neues Bild aus dem noch namenlosen neuen Fantasy-Spiel von Techland. Darauf ist neben einem Kletter-Maxen an einem Riesenbaum ein weitläufiges Fantasy-Reich und darüber ein zersplitterter Mond zu sehen. Naheliegend wäre also, dass Techland das schon in Dying Light 2 perfektionierte Parkour-Feature in seine neue AAA Open World einbaut. Zum weiterhin namenlosen Spiel hatte Techland übrigens schon letztes Jahr ein erstes Artwork gezeigt, das aber noch weniger verraten hat als das aktuelle. Ein Fokus soll dabei jedenfalls auf der Story liegen, wann's rauskommt ist bisher noch nicht bekannt. FIFA 23 war das letzte Fußballspiel, das der Weltverband zusammen mit EA Sports gemacht hat. Während die künftig an EA Sports FC arbeiten werden, bleibt es weiterhin spannend, wie das neue Fußballspiel der FIFA aussieht. Dazu hat sich jetzt FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Rede zu seiner Wiederwahl geäußert und ich bitte euch, so hart es geht, nicht an das Fellow-Kids-Meme zu denken. Infantino sagt nämlich, wir werden mit dem Start unseres Spiels mit EA Sports konkurrieren. Die neuen FIFA-Spiele, FIFA 25, 26, 27 und so weiter werden immer das beste E-Game für jedes Mädchen und jeden Buben sein. Dazu gibt's bald Neuigkeiten. Wie dieses E-Game aussieht und von wem das kommt, bleibt also unklar. Auch ob Infantino seine Aufzählung absichtlich FIFA 24 ausgelassen hat, weil man erst im nächsten Jahr so weit ist, wissen wir bisher nicht. Aber auch vom großen Konkurrenten EA Sports FC gibt's bisher weder Bildmaterial noch einen Release-Termin. Erst im Juli 2023 will EA das Spiel offiziell vorstellen. Creative Assembly macht ein neues Studio auf. Das Team hinter Alien Isolation und der Total War-Serie eröffnet mit Creative Assembly North nun seinen dritten Ableger. Die neue Niederlassung befindet sich im englischen Newcastle und soll zusammen mit Creative Assemblies Zentrale in Sussex an einem neuen, bisher noch nicht angekündigten Projekt arbeiten. Dafür sollen demnächst 100 neue Leute angestellt werden. Angeführt wird der Standort von Giselle Stewart. Die war zuvor unter anderem bei Ubisoft an Far Cry 5 und The Division beteiligt. Als Hauptgeschäftsführerin von Reflections war sie außerdem verantwortlich für die Destruction Derby und die Driver-Serie. Stewart sagt zur Neugründung, ein Studio von Grund auf neu zu öffnen mit der Unterstützung eines der größten und ältesten Studios Großbritanniens ist unglaublich aufregend. Wir setzen auf Flexibilität und Kollaboration über mehrere Standorte hinweg. Unabhängig von dem neuen Projekt arbeitet Creative Assembly selbst gerade an einem Sci-Fi-Shooter namens Hyenas. Der schickt euch im Team auf Raubzüge nach wertvollen Popkultur-Gegenständen und soll noch dieses Jahr erscheinen. Der Twitch-Geschäftsführer Emmett Scheer legt seinen Job nieder. Damit endet für den Internet-Entrepreneur seine 16-jährige Karriere beim Streaming-Riesen, den er damals als Twitch noch JustinTV hieß, sogar mitbegründet hatte. Als Grund für seine Ausscheiden gibt Scheer vor allem familiäre Gründe an. Auf Twitter sagt er, im Oktober 2006 haben wir mit unserer Live-Video-Arbeit im Internet begonnen, daraus wurde Twitch. Mehr als 16 Jahre später bin ich nun Vater und bereit für die nächste Phase meines Lebens. Ich habe auch einen Blogpost geschrieben, aber die Kurzfassung lautet, vielen Dank an alle, die das hier mit aufgebaut haben. Seinen Blogpost verlinkt Scheer darunter. Darin erzählt er, wie Twitch als eine verrückte Idee unter Freunden begann, die eine 24-7 Live-Reality-Show über ihren Kumpel Justin ins Netz stellen wollten und wie daraus eine Streaming-Plattform mit über 8 Millionen StreamerInnen im Monat wurde. Er dankt außerdem auch Amazon, die Twitch im Jahr 2014 gekauft haben. Scheers Posten als CEO übernimmt ab sofort Twitchs aktueller Präsident Dan Clancy. Scheer selbst geht jedoch nicht völlig, er bleibt der Firma als Berater erhalten. Und das war's für diese Woche mit den News. Danke, dass ihr dabei wart. Fandet ihr gut? Dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und schaut heute gerne ab 16 Uhr bei Monsters & Explosions auf Twitch rein, wenn AK Maurice und Jules in die Diablo 4 Beta starten. Später gibt's außerdem noch die Neu- und Gratis-Games. Schönes Wochenende euch und bis Montag, weiterspielen!